Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Tank Mechanics Simulator hier aus T-Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier sehen wir vor uns den Mythos des Zweiten Weltkrieges, den Tigerpanzer. Ja, also Mythos stimmt ja nun mal. Auch auf der Seite, das Ding bin ich ja schon losgeworden. Ich würde ganz gerne eigentlich vorher nochmal ein paar Aufträge machen, aus Gründen dessen, damit wir den Tiger quasi den Bauplan kaufen können. Und dann müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, was der uns kostet. Wenn wir im Ersatzteile-Shop beim Tiger Ausführung H unseren Panzerentwurf kaufen wollen, der kostet 450.000. Hm, gar nicht mal so wenig. Gut, da kommen wir so schnell gar nicht hin. Also da bräuchten wir 300.000, was bringt denn hier so ein durchschnittlicher Auftrag hier? Post, die müssen wir prüfen. So, Angebot Reparatur, die bringt 22.000, Angebot Reparatur 17.000, 17.000, Hilfe 71.000. Ich brauche dringend Hilfe. Ja, was brauchst du denn für Hilfe? Ach komm, machen wir die schnell mal hier. Oder warte mal, was ist das hier für eine? Ein KV1. KV1, haben wir schon mal KV1 hier gehabt? Und KV1 hatten wir auch noch nicht hier. Prestige 42, 417.000. Ach, das ist auch alles nicht so richtig, das Richtige. Eieieiei, jetzt bin ich schwer unentschlossen. Wie machen? Also da müsste ich ja ziemlich viele Teile kaufen. Naja gut, eigentlich ist das ja, wie viele Teile fehlen denn. Gucken wir mal, im Panzerstatus. So, gut, der Zustand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja komm, das können wir alles kaufen dann. 8, 9, 10, 11, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 20. über 23 teilen, äh, 24 und in der Wanne fehlt gar nichts. Gut. Okay, gut, also es sind 24 Teile, die können wir dann noch kaufen. Okay, dann nehmen wir das ganze Ding hier auseinander, würde ich jetzt mal sagen, äh, wo fangen wir an? Wir fangen erstmal damit an, dass wir den Turm runternehmen von der Wanne, äh, und zwar werden wir den Turm runternehmen, auf die 1 stellen, dann werden wir den Motor rausnehmen, auch auf die 1 bringen und dann sieht das schon mal ganz gut aus hier. So, und jetzt, äh, würde ich sagen, dann schrauben wir mal ein bisschen dran herum, um das alles in der Hosentasche schnell durchzureparieren. Ähm, ja, das, na, nee, ach ja, hier muss ich jetzt eine Halterung abbauen, damit ich dann den äußeren Luftfilter hier wegkriege und dann kann ich hier die Teile abbauen, Abschleppleine, da ist auch noch ein Verschluss vom Kraftschusssystem. Ah ja, okay, nochmal ein Kühlerdeckel. Mhm, nochmal ein Verschluss, naja gut, okay, gibt es ein paar mehr davon anscheinend. So, Motorabdeckung, noch eine Motorabdeckung, lass mich mal ganz kurz hier so ein bisschen frei bewegen. Kühlwasser austritt, Wammelaustritt, Kühler, Kraftstofftank, Kühler. Gut, dann haben wir hier Munitionsluke, Munitionsluke, Batteriehülle, noch eine, Antriebswelle. So, noch Munitionsluke. Dann gehen wir mal nach hier vorne, da müssen wir noch ein bisschen was abbauen. Achso, da müssen wir wahrscheinlich von außen noch ein bisschen was abbauen. Hier ist das MG noch drin zu sehen. Sehr schön, gut, was ist das hier? Das geht alles zum Schaltgetriebe, das ist auch das ganze Längssystem. Okay, gut, dann können wir hier ein paar Auspuffer nehmen noch. So, dann haben wir hier die Luke des Fahrers. Das ist nix, die Luke des Funkers. Die Frontleuchte. Ein Stückchen Kotflügel. Eine Schaufel. MG sieht echt gut aus. MG 34. Ein Fahrervisier. Nochmal Kotflügel und nur eine Funzel. So, ist hier noch irgendwas, was wir hier rausnehmen können? Das vordere MG. Zack, da ist es raus. Gut, okay. Dann gehen wir mal draußen und bauen dieses ganze... Achso, guck mal, hier haben wir noch eine Abschleppleine. Ah ja, da fehlt es noch an Kanistern. Weiß ich gar nicht, ob ich die befüllen kann, ne? So, und dann werden wir hier mal die Kotflügelgeschichte auseinander bauen. Und natürlich das Schachtellaufwerk hier. Kann ich die Hüse abholen? Ne, ne, ne. Und das ist dann hier das Führungsrad schon. Da nochmal? Ne, auch nicht. Okay. Und dann geht es an, hier das Führungsrad rauszunehmen und dann das Schachtellaufwerk komplett hier. So, ein Aufhängungsarm, können wir auch noch rausbauen. Oh, es ist Antriebsrad links. Interessant, wie komme ich denn da an die Schrauben ran? Mit dem Schrauber? Oha, okay. Jutsch, naja, dann ist das so. Hört der nicht? Hätte er... Ich habe auch erwartet, dass ein Antriebsrad links auf der linken Seite vom Panzer angebaut ist und nicht auf der rechten Seite. Aber, gut. Denn ein Fahrzeug wird immer beschrieben in Fahrtrichtung. Also es wird immer so ein Fahrzeug beschrieben. Und dann ist quasi das hier ja die rechte Seite von dem Fahrzeug. Aber, jo, jo, gut. Oder ist das... Achso, das heißt gar nicht links, sondern eins. Ah, okay. Na gut, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann würde ich nichts gesagt haben, dann ist das so. So, dann hier das raus. Gehäuse vom Schaltgetriebe ab. Da geht einiges. Element bei Zahnrädern. So, dann kriegen wir auch noch ein bisschen was weg. Und jetzt können wir quasi die nächsten... Räder hier ausbauen. Da ist dann noch... Was ist da drumherum? Was? Wie heißt das Ding? Doppelspulen irgendwas? Keine Ahnung. Wir gucken mal gleich beim nächsten Mal nochmal. Wie der Teil heißt hier. Der geht nicht raus. Aber dann... Weil das die Schrauben hier alle falsch rum angebaut sind, das finde ich schon schwierig. Aber da ist irgendwas nicht so ganz richtig. Die Distanzscheibe. Aufhängungsarm. Achso, das ist in der Antriebsrad. Kann man doch nicht rausnehmen. Mal gucken, wie das auf der anderen Seite ist. Ob die da denn die Schrauben in die richtige Richtung gehen. Ob sie da wirklich bloß... Also das ist ja... Gäckig hier. Wie heißt das Ding? Doppelspurverbreiterung. Ah, okay. Spurverbreiterung, ne? Das kennt man ja auch vom Golf, ne? Macht man ja auch mal eine Spurverbreiterung ran, damit er ein bisschen bulliger aussieht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wer von euch so... Also gut vom Alter her ist es sowieso mal ein bisschen schwierig, alles anzuschätzen. Aber wäre da so durchaus mal ein Rollennager, alles klar. Also ich war ja... Bin ja ausgebildeter Kraftzentmechaniker. Okay, das gebe ich gerne zu. Ich arbeite nur nicht in dem Bereich. Weil mir... Naja, sagen wir mal, das ist nicht so ganz meine Arbeit gewesen. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. So. Und deswegen bin ich dann auch immer eher so anderthalig unterwegs gewesen. Und auch meine Autos. Also es gibt ja viele Leute, die tunen ihre Autos ganz gerne, ne? Also die werden dann ganz... Da werden Teile angebaut, dann wird tiefer gelegt, das wird härter gemacht, das wird breiter gemacht. Deswegen ja Spurverbreiterung, ne? Und alles solche Sachen. Da bin ich so gar nicht empfänglich für, ne? Also okay, ich hatte eine schöne Anlage im Auto mal. Habe ich jetzt auch nicht mehr. Irgendwann im Laufe meiner... Der ganzen Zeit, wo ich Auto gefahren bin, hat man nämlich mal ein Auto aufgebrochen und hat mir dann mal die ganze Anlage rausgemobbt. Was dann dazu führte, dass dann die Polizei mir ein halbes Jahr später gesagt hat, jo, das müssen wir jetzt da einstellen, wegen, ne? Und so, finden wir eh nicht den Täter. Das ist weg. Ja gut, ist halt so, ne? Ab da habe ich denen gesagt, okay, dann brauche ich mir auch keine Anlage mehr ins Auto ein, weil ich habe keinen Bock, dass dann nochmal irgendwie 400 Euro oder 500 Euro verschwinden, einfach so. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon Euro waren. Das waren... Also circa 600 Euro sind da an die abhanden gekommen, mit dem Ganzen, was sie da rausgemobbt haben. Ich weiß es nicht, wozu man das braucht oder so. Keine Ahnung, warum man da... Also ich bin immer ein Mensch, ich muss da nicht... Also warum soll ich was mobsen? Entweder kann ich es mir leisten oder nicht, ne? Und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann... Habe ich halt Pech gehabt, gerade bei Luxusartikern. Sag mal, bei Nahrungsmitteln oder so, da bin ich da vielleicht... Äh, etwas kulanter, wenn dann mal einer irgendwo der Meinung ist, er müsste ein bisschen was zu essen mobsen. Mobsen, dann soll er das tun. Dann soll er das tun, aber... Ah, guck mal, hier sind die Schrauben in die Richtung, alles klar. Okay, gut, aber hier ist es richtig. Dann auch irgendwie... Ein bisschen merkwürdig. Weit hinten drin die Schrauben, ne? Eieieieiei, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jungs, 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 Jungs. Ah ja, hier sind die Schrauben wieder verkehrt rum. Einfach nicht, einfach nicht wundern. Also wirklich einfach nicht wundern. Ist halt so. Schade, aber es ist halt so. So, ne, also, ähm, wie gesagt, also das ist mir dann da immer ein bisschen, das war mir dann zu dusselig, dass sich da jetzt so irgendwas im Autohaus mit gemoppt wird. Und deswegen habe ich dann da nachher auch kein Wertmord aufgelegt. Mittlerweile würde ich sogar, weil ich... Eigentlich das Auto so die einzig großartige Stelle ist, wo ich noch ungestört laut Musik hören kann. Ja, ansonsten hat man ja dann doch immer mal den einen oder anderen Nachbarn, der sich daran stört, wenn man so ein bisschen Musik ein bisschen lauter hört. Gerade bei der Musik, die ich dann auch mal gerne lauter höre, ne? Rammstein, das ist dann... Das fällt ja dann auch auf. Ähm, wenn man das dann ein bisschen lauter hört, das ist ja jetzt nicht jedermanns Geschmack, auch wenn die kommerziell sehr erfolgreich sind. Aber trotzdessen hat man doch sehr, sehr, sehr viele, die dann sagen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für ein grausames Zeug? Ähm, was war der lustigste Kommentar, den ich mal gekriegt habe? Äh, das ist mir zu viel Geschrabbel. Das habe ich ja nicht ganz verstanden. Da war ich dann irgendwie raus. Aber gut. Weil, also, ich mag's ja, wenn so E-Gitarren gequält wären, ne? Also, wenn die so richtig mal benutzt werden, hätte ich fast gesagt. Das klingt jetzt ja falsch, aber, ähm, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn da mal richtig einer, wenn da richtig einer mit umgehen kann, Dann ist das schon echt toll. Dann höre ich mir das auch sehr gerne an. Ich persönlich würde gerne Gitarre spielen können und auch E-Gitarre gerne spielen können. Kann's aber nicht. Das liegt bei mir aber daran, dass ich wahrscheinlich aber auch, äh, einfach nur so ein, äh, Vogel bin, der sich da nicht die Zeit dazu nimmt, das mal üben zu wollen. Und das vielleicht eventuell, halt eben dann, äh, mal durchaus auch positive Ergebnisse hat. Und dann das auch wirklich kann oder so, ne? Aber gut, wenn ich mir jetzt noch Gitarre spielen, selber bei den Ringen. Naja, mal gucken. Vielleicht komme ich noch dazu, dass ich irgendwann mal Gitarrenunterricht nehme und vielleicht im Endeffekt mal dann eine E-Gitarre bedienen kann oder so. Weil ich würde auch gerne, äh, elektronische Musik machen können. Also so richtig, äh, wie man sich das vorstellt. Einfach so mit so ein bisschen, äh, coolen Sounds arbeiten und dann halt eben dementsprechend auch, ähm, Musik hier im Hintergrund, was die, die hier im Hintergrund, äh, läuft beim Spielen oder beim, beim Let's Play vielleicht selber machen, ne? Das, das wäre noch sowas. Da, da hätte ich auch was für über, aber da muss ich erst mal gucken, ob ich da ein schönes Programm finde. Also, bei meiner Stimme kann auch Autotune nichts mehr richten. Das, äh, braucht mir keiner vorschlagen. Aber wenn es so eins gibt, wo es so schöne Samples gibt, die man dann halt eben dann, äh, wo man sich ein schön, schön, schön was damit machen kann, äh, ein bisschen Musik draus erzeugen kann, dann, das wäre schon, ja, hätte schon was Cooles, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich bin ja, ich stehe ja mehr oder weniger, minder bin ich ja dann doch eher so Rockmusik. Aber so die ein oder andere elektronische Musik kommt mir auch nicht mal ganz gelegen. Also momentan, also das habe ich schon mal erwähnt, höre ich ja ganz gerne auch mal so DJ-Sets auf YouTube mir einfach an und lasse das einfach im Hintergrund mal durchdoddeln, während ich andere Spiele spiele. Kann ich ja jetzt hier nicht. Ich würde es hier auch ganz gerne machen. Ich könnte ja mal versuchen, dass ich da irgendwen anschreibe oder so und vielleicht die Erlaubnis bekomme, diese Musik denn hier im Let's Player im Hintergrund laufen lassen zu können. Aber da muss ich mal gucken. Ich meine, dafür bin ich eigentlich, also dass man mich als Werbezweck dann nutzt oder sowas, das brauche ich dann nicht erzählen, dafür bin ich zu klein, aber naja, vielleicht ein paar andere Sachen. So, gut. Dann gucken wir jetzt mal von oben nochmal in die Wanne rein, ob hier irgendwelche Teile noch aufleuchten, wenn ich sie denn rausnehmen könnte. oder so, wie zum Beispiel das hier eigentlich. Hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Bei jedem anderen Panzer rausnehmbar. Aber sonst haben wir hier schon mal eine ordentliche, schöne, kolossale Stahlwanne. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir werden jetzt da einfach mal mit der 3 hier dran gehen und mal alles entrosten und dann sehen wir, dass da einzelne Teile sich nicht entrosten. Okay, dann gucken wir mal Interieur. Da sieht man sie aber auch nicht. Und wenn ich da drauf halte, gehören die zur Wanne innen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Oh Mann ey. Habt ihr echt den Tiger so versaut? Die Teile hier nicht abnehmbar gestaltet. Dann waren die Teile auch noch alle, ist das, was? Alle diese Teile, die hier nicht abbaubar sind, hingen an den einem Teil hier dran, weil das ist ja jetzt Grundierung, also das ist ja fertig. Also wenn ich jetzt, warte mal, jetzt mach ich mal hier die Grundierung drauf. Kann ich ja nur das grundieren. Ach Leute. Boah. Da hättet ihr euch aber auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Naja, gut. Okay. Sei es wie es sei, es ist halt so, sie haben es so gemacht. Ich kann jetzt auch gerade die Wanne hier nicht mehr, achso, ich muss sie ja schon sonst strahlen. Ähm. Und dann kann ich sie auch grundieren. Und dann kann ich sie auch lackieren. So. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Rote Sitze hatte der Tiger. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber konnte möglich sein. Ähm. Noch irgendwo, was hier rostig dran aussieht, jetzt da an dieser Wanne. Draner? Nee, ne? Nee. Gut, okay. Dann haben wir die Wanne doch schon mal fertig gebaut. Ähm. Und können dann uns jetzt, äh, um den Turm kümmern. Und werden jetzt hier beim Turm alles, äh, ausbauen, was man so ausbauen kann. Äh. Äh, okay. Hm. Naja. Naja. Ähm. Jut. Ja. Ah ja. Das hat dann verschiedene Geschützrohre. Und einzelne Teile. Okay. Dann nimmt man das erst runter. Dann hat man hier noch. Okay. Also da waren sie jetzt wieder sehr, sehr. Also da hätte ich jetzt gedacht, okay, da reicht auch ein Kanonenrohr aus. Aber gut, das hat halt nicht ausgereicht. Geschütz-Turm-Blender raus. Das Geschütz an sich. So, der Turmkorb ist einzeln. So nochmal, okay. Kuppel des Befehlshabers. Da machen wir einen Luke. Moment. Muss nochmal zum Luke hinkommen. So, Luke des Befehlshabers. Ladeluke. Ventilator. Rechzeugkasten. Ist sogar angeschraubt. Sehr schön. Dann haben wir hier noch den Ring. Manchen sind sie dann so penibel genau. Und da kannst du dann Sachen machen. Die Evakuierungsluke. Ziemlich weit oben. Also hier, dann hast du wieder das Handrad der Vorrichtung. Und dann hast du den... Na ja. Gut, was willst du machen? So ist es halt. So, dann kann man ja noch ausgucken. Also wir werden auf jeden Fall mit dem Tiger auch auf die Schießbahn gehen. Also das ist klar. Dann werden wir uns auch mal aus allen Positionen das Ding hier benutzen. Und damit natürlich auch eine Probefahrt machen. Und mal gucken, wie das funktioniert. Jetzt das Ladeschützen. Zurückwärts in den Panzer, nicht in dem Schlechtwirt bei der Fahrt. Und der Turm ist auch ausgebaut. So, dann ist der Turm jetzt aber erst mal befreit von Absalach. Von allen Teilen, die man ihn so befreien kann, oder? Ah, warte, da ist noch ein Visier. So, jetzt sieht es doch schon mal ganz gut aus. Hier unten ist noch was. Ne, das ist so. Oder die hört da dran? Alles klar. Dann können wir die Nähe jetzt auch schon mal... Oh, hoppala. Entschuldigung. Na gut, dann nicht. So, dann machen wir jetzt hier auch mit der 3 erstmal dran. Und hier diese ganzen einzelnen Kisten hier, die ja alle drin sind. Und sonst irgendwas. Die sind im anderen Panzer, sind die alle einzeln abschraubbar als Kiste, Kiste, Kiste. Und hier hängen sie einfach so ein Turm mit drin. Naja. Ne, das wollte ich haben. Kombierung. Lackierung. Nun gut. Okay, so. Dann sieht der Turm erstmal schon mal schön aus. Ja, das hat schon mal viel schöne Sachen. So, dann gehen wir jetzt an den Motor dran. Machen den Motor noch soweit fix. Und fertig. Und währenddessen werden wir die Reparatur der Teile, die wir bis jetzt besitzen, in Auftrag geben, damit wir die dann wieder einsetzen können. So, das heißt also, wir gehen jetzt mal ganz kurz ins Lager. Sagen, alles auswählen und Reparatur anordnen. Genau, bis zum letzten Quadrat-Dopperlähchen. Was ist denn nur los hier? Hoppala. Okay. Die Reparatur scheint ein bisschen Gessoßen zu kosten im Hintergrund. Na gut, dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen rummeißeln dran noch. Gucken, dass wir hier überall was rostig aussieht. Weggerostet kriegen. So, Zustand des Motor 33%. Hier ist noch was mit Schrauben dran. Okay. Muss ich das mal abschrauben, weil das sieht so unsymmetrisch aus hier. Mit den Schrauben. Da fehlen Teile, okay. Ah, ich kann es nicht demontieren. Anscheinend nicht. Ich werde mal hier den Schwingungstemper rausnehmen. Und dann werden wir den Schwingungstemper wieder anbauen. Ah, und schon haben wir ein paar mehr Schrauben. Ja, ich glaube, die haben sich da auch mehr bei gedacht. Das sieht alles so halbfertig aus, muss man ehrlich sagen. Also, es sieht alles ein bisschen wie ein Early Access Titel aus. Wenn man das mal so sagen darf. Das sieht alles so ein bisschen Early Access-like aus. Leider. Das hat echt Potenzial. Da ist echt viel zu tun dran. Und man kann viel machen. Man sieht ein bisschen was. Vielleicht lernt man auch noch was. Aber das ist sehr schade. Da ist sehr viel, sehr, 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 sehr viel. Achso, wie heißt denn das Teil, was hier fehlt? Ventilatorantrieb. Kommt garantiert noch ein bisschen Riebenscheibe oder irgendwas noch mit dazu. Aber werden wir dann sehen. Dann gucken wir jetzt mal erstmal in den Stators, was beim Motor fehlt. Motor fehlt, der Ventilatorantrieb und der Wöhmerstab ist noch nicht gereinigt. Und auch die Kraftstoffpumpe ist noch nicht komplett gereinigt. Wo ist denn der Wöhmerstab hier in diesem Kistchen? Und wo ist die Kraftstoffpumpe? Na gut. Okay, wird sich zeigen, nehme ich mal an. Wir kaufen erstmal trotz dessen jetzt diesen Ventilatorantrieb. Verrostet. Ventilatorantrieb wird wahrscheinlich bei V ziemlich weit unten sein. Den kaufen wir mal. So, dann sagen wir mal im Lager noch die Reparatur anordnen. So, da sind ja einige Teile hier dabei, die schon durchaus wertvoll sind. Ich weiß nicht, was das Kanonenrohr kostet jetzt hier. 1.000 für das Geschütz. Hinteres Geschützrohr 300, okay. Ganze Laufräder hier. 500 für die Antriebswelle, okay. So richtig, richtig. Was ganz, ganz dolle Teures ist nicht dabei. Na gut, egal. So, wir wollen jetzt hier dann gleich weitermachen. Und, ähm, ja, das machen wir dann auch in der nächsten Folge weiter. Ich werde jetzt hier diesen Ventilatorantrieb, wenn ich ihn jetzt habe, ja, montieren. Und dann müsste der Motor zu 100% in den Zuschnitt des Motors 94%. Achso, ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Wo ist hier der Ölmessstab? Und wo ist hier die Kraftstoffpumpe? Muss ich doch jetzt so farblich unterscheiden vom Rest. Ich sehe nichts. Seht ihr's? Ich sehe nichts. Wird vielleicht ja nicht hier, sondern im Motor drin oder so. Oh, voilà, im Motorraum drin. Kommt er auch nicht hier oben ruf. So. Und hier oben, ist doch kein Ölmessstab zu sehen hier. Hm. Aber hier drin hängt auch nichts rum. Hm. Na gut. Okay, das finden wir noch raus. Und bald hier auch die Kraftstoffpumpe ist, das wissen wir auch noch nicht. Sehen wir noch nicht. Hubsche Sache das. Gesicht nicht. Und für gewöhnlich wird ja auch angezeigt, was für ein Teil was ist. Warte mal, ich kann glaube ich. Also das könnte hier ein Ölmessstab sein. Wir gucken mal. Der muss noch samtgestrahlt werden, okay. Wir nehmen jetzt mal überall hier drüber nochmal. Das ist auch immer eine Kraftstoffpumpe sein könnte hier. Ah, Zustand des Motors 100%. Oh, da haben wir es erwischt. Alles klar. Gut, ne, mit dem großen Hammer wollen wir nichts zu hauen. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Like da lassen und dann ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir haben uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.